Herde YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir einmal die erlernten Techniken aus den letzten Wochen in einem Bild anwenden. Und zwar wollen wir aus einem, ja, in Anführungsstrichen relativ langweiligen Urlaubsbild, was ich im Dachstein gemacht habe, am Gosau See, ein richtig cooles, dramatisches Winterbild machen. Dafür brauchen wir Ebenen, dafür brauchen wir Masken und wir werden uns auch mal durch ein paar Einstellungsebenen durchkämpfen. Dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Willkommen auf meinem Desktop. Um dieses Bild soll es jetzt einmal gehen. Ein relativ langweiliges Bild, wie ich finde. Mittags aufgenommen, keine Dramatik in dem Bild. Das heißt, wir haben langweilige Wolkenstrukturen. Bildaufbau ist zwar ganz schön, wir haben Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Aber ich denke, hier kann man ein bisschen mehr draus machen, indem wir so ein richtig cooles, dramatisches Winterbild draus machen. Titel des Bildes soll sein, Wintereinbruch. Und jetzt schauen wir uns hier einfach mal an. Wie wir bei so einer Bearbeitung vorgehen, welche Ebenen wir brauchen und wie wir das Erlernte jetzt hier in der Praxis umsetzen können. Als allererstes habe ich hier oben meine RAW-Datei. Das ist also meine darunter liegende Ebene. Wir legen uns erstmal eine neue Bearbeitungsebene an, da wir nondestruktiv arbeiten wollen und jederzeit die Schritte rückgängig machen wollen beziehungsweise aber auch später noch Änderungen vornehmen wollen. Deswegen gehen wir einmal hier auf Neue Bearbeitungsebene hinzufügen. Als nächstes gehen wir jetzt mal an unsere Einstellungen und fangen mal ganz klassisch an, hier unsere Einstellungen vorzunehmen. Beziehungsweise erstmal schneiden wir uns das Bild zurecht, weil unser Wasser läuft aus dem Bild heraus, sieht alles nicht so schön aus. So, jetzt richten wir das erstmal einigermaßen gerade aus. Jetzt passen wir uns den Bildaufbau an. Ungefähr zwei Drittel, ein Drittel, das heißt ein Drittel Himmel, zwei Drittel hier unten den Hintergrund, dann noch ein bisschen weiter nach oben. Ah, so in etwa. Einmal mit Enter bestätigt. Und das ganze Bild sieht schon ein bisschen anders aus. Ich sehe gerade, das ist noch nicht so ganz mittig. Ich hätte es gerne ein bisschen mittiger noch. So, der Berg soll bei uns im Vordergrund stehen. So, nachdem wir das Ganze zugeschnitten haben, gehen wir doch als nächstes mal in unsere allgemeinen Einstellungen. Wir haben gerade gesagt, wir wollen ein cooles Winterbild draus machen. Deswegen, das erste, woran wir an Winter denken, Kälte, ist natürlich die Kühle. Deswegen setzen wir den Weißabgleich hier jetzt schon mal etwas ins Bläuliche. Dann gucken wir uns die Belichtung als nächstes ein bisschen an. Wir müssen mal ein bisschen heller werden. Aber vor allen Dingen müssen wir die Schatten auffällen, weil hier das ganze Gebirge säuft uns sonst völlig im Dunklen ab. Die Lichter ziehen wir ein bisschen runter. Dann können wir hier die Schatten auch noch ein wenig anheben. Um eine leichte Kontrastverstärkung reinzubekommen, ziehen wir hier die Lichter noch ein bisschen runter. Und dann seht ihr schon, wir haben hier hinten schön unsere Gebirgskette hinten aufgehellt und haben jetzt die ganzen Schatten uns schon mal wieder hervorgehoben. Als nächstes kümmern wir uns einmal um die Farbe und zwar um die Sättigung. Weil auch hier wieder bei Winterbildern, wenn es draußen kalt ist, dunkel ist, wenn ich da durch die Gegend laufe, habe ich kaum gesättigte Farben. Es ist alles in so einem leichten Grauen Grau. Und deswegen nehmen wir hier jetzt auch die Sättigung etwas nach unten. Wir nehmen sie nicht komplett raus. Wir wollen ja kein Schwarz-Weiß-Bild haben. Aber wir wollen diese Kühle draußen noch mal unterstreichen. Und das mache ich, indem ich einfach die Sättigung ein bisschen nach unten ziehe. Ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr Kühle ins Bild. Ein bisschen mehr Blau. So gefällt mir das Ganze schon ganz gut. Jetzt haben wir das Bild entsättigt. Wir haben es zugeschnitten. Und wir haben diese Kühle über den Weißabgleich in unser Bild hereingebracht und die Schatten schon mal aufgehellt. Als nächstes gehen wir wieder auf Ebenen. Was wir jetzt machen wollen, wir müssen zum einen den Himmel mal austauschen. Das machen wir jetzt mal als nächstes. Wenn wir so ein Sky Replacement machen wollen, können wir das leider über keine Bearbeitungsebene machen. Dafür müssen wir die Bilder zusammenfügen. Und das machen wir, indem wir eine neue Verbesserungsebene einfügen. So, jetzt haben wir hier oben eine zusammengeführte Ebene. Und hier können wir jetzt, wie gesagt, einmal auf den Kreativ-Monus gehen und Sky Replacement auswählen. Wir wollen einen dramatischen Himmel haben. Passend zu so einem Wintereinbruch, wenn es wirklich so ein bisschen bewölkt draußen ist und die ersten Schneeflocken fallen. Deswegen gehen wir hier auf Himmel und sagen mal Dramatic Sky 2. Und BAM! Wir haben unseren Himmel eingefügt. Auch hier wieder gleiches Spiel. Achtung, wir müssen das Ganze natürlich gleich noch entsättigen, weil der ist jetzt natürlich viel zu gesättigt. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Was mir jetzt hier natürlich gleich noch auffällt, ist, dass die Spiegelung hier unten nicht ganz passt. Deswegen werden wir jetzt hier oben nochmal ein paar Wolken nehmen und uns die unten hier einfach ein bisschen reinmalen. Wie machen wir das Ganze? Relativ simpel. Einmal auf unsere Arbeitsfläche, einmal auf unser Klon- und Stempelwerkzeug geklickt. Dann sagen wir einmal eine Fläche auswählen. Wir sind jetzt so leicht über der Gebirgskette. Deswegen nehmen wir hier diesen Bereich natürlich auch auf. Setzen die Deckkraft etwas nach unten. Hauen wir mal so auf 40%. Weichheit lassen wir. Und die Größe des Pinsels, ja, die können wir auch erst mal so lassen. Dann gehen wir hier rüber und malen uns mal so vorsichtig diesen Bereich hier rüber. Nicht so intensiv, es ist ja nur eine Spiegelung. Wenn wir uns vermalt haben, Command und Z gedrückt. Bis die Spiegelung hier wieder verschwindet. Und das war es schon und dann machen wir es nochmal. Wir nehmen wieder nochmal einen Bereich hier oben auf. Und malen ganz sanft ein, zwei Mal drüber. So. Jetzt haben wir hier oben auch noch leichte Wolkenstrukturen eingebaut. Und das Ganze wirkt doch gleich schon viel realistischer. Das ist mir sogar schon fast ein bisschen zu viel. Wir machen den letzten Arbeitsschritt auch mal wieder rückgängig mit Command und Z. So gefällt mir das Ganze jetzt hier unten schon ganz gut. Jetzt haben wir hier unten die Wolkenstruktur auch in unsere Wasserspiegelung eingebaut. Und die hier oben einfach aus unserer neuen Wolkenstruktur rausgenommen. Also einmal auf Fertig. Hier oben haben wir jetzt also unseren Himmel drüber liegen. Also können wir das hier auch gleich mal umbenennen. Wenn wir ganz genau sind, heißt das hier nicht sogar Himmel, sondern müssen sie es umbenennen in Spiegelung. Und da drunter die Ebene benennen wir auch gleich nochmal schnell um, damit wir den Überblick behalten in Himmel. So, sorry Leute, wenn hier gerade ab und zu mal der Lüfter anläuft. Desktop Recording und Luminar zugleich scheint meinen Rechner hier doch ein bisschen in die Knie zu zwingen. Wir machen jetzt aber trotzdem mal zügig weiter. Was wir als nächstes machen müssen, ist eine neue Ebene einfügen, eine neue Bearbeitungsebene. Weil wir wollen jetzt ja die Sättigung rausnehmen, was wir eben schon besprochen haben. Deswegen gehen wir hier wieder auf unsere wesentlichen Einstellungen. Gehen hier auf Farbe und nehmen die Sättigung raus. Wollen das natürlich aber nicht auf das ganze Bild anwenden. Deswegen hier oben auf unsere Ebenen, Maske, Pinsel. Wollen das Ganze reinmalen. Wir erinnern mal die Größe des Pinsels. Und die Deckkraft nehmen wir runter auf 50%. Und malen uns den Effekt jetzt hier oben vorsichtig rein. Hier unten ist auch zugesättigt. Okay, oben hier sehen wir schon unsere Maske. Das heißt, die Sättigung in den Bereichen haben wir jetzt rausgenommen. Und wir können weitermachen. Also, das haben wir getan. Dann brauchen wir noch eine neue Bearbeitungsebene. Und zwar wollen wir dem ganzen Bild natürlich noch eine gewisse Stimmung verleihen. Und wir wollen den Blick des Betrachters lenken. Das heißt, hier im Fokus soll natürlich unser Berg sein. Deswegen werden wir hier jetzt auch noch eine Vignette drüberlegen. Da können wir jetzt einfach hier unten einmal auf Vignette gehen. Und ziehen die ein bisschen runter. So, und ihr seht schon, der Blick wandert hier auf unseren Berg. Generell die Helligkeit möchte ich noch ein bisschen nach oben setzen. So ungefähr eine halbe Blendenstufe. Gehe nochmal in die Bearbeitungsebenen. Sagen nochmal neue Bearbeitungsebene. Und ich möchte noch ganz gerne noch mehr den Blick des Betrachters lenken. Das heißt, ich werde den Bereich jetzt hier noch ein bisschen aufhellen. Mache also alles ein bisschen heller. Maske. Und kehre mir diese um. So, jetzt gefällt mir das Ganze schon echt ganz gut. Der Berg ist schön hell. Das heißt, hier wird also unser Blick direkt gelenkt. Wir haben einen schönen Vordergrund, einen schönen Hintergrund. Unsere Wolkenstrukturen stimmen sowohl in der Spiegelung als auch oben. Die Sättigung passt. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Schnee. Und zwar können wir dafür relativ einfach uns eine neue Bildebene einfügen. Und ich habe mir irgendwann mal eine Bildebene erstellt. Wie macht man das? Wenn es das nächste Mal draußen schneit, mache ich dann nochmal ein Zoom-Video. Eigentlich ist es relativ simpel. Ihr packt euren Blitz oben auf eure Kamera. Dreht dann so lange an euren Einstellungen, bis ihr ein komplett schwarzes Bild habt. Und blitzt dann einfach nur in den Schnee herein. Und die Schneeflocken, die ihr dann anleuchtet mit eurem Blitz, die werden als einzige übernommen in euer Bild. Und damit könnt ihr coole Schnee-Ebene machen. Ich zeige euch das mal. Wir gehen hier einmal rein. Bildbearbeitung. Dann habe ich hier irgendwo meine Stockbilder. Da. Und habe hier irgendwo meinen Schnee. Da ist er. Ich habe den hier schon mal umgewandelt in JPEG. Und ihr seht schon, alle Schneeflocken, die anreflektiert wurden, sind einfach nur noch weiß in dem Bild. Und da kann ich mir jetzt so welche schnappen. Das finde ich ganz schön. Lege mir das hier oben drüber, über mein Bild. Und dann haben wir ja gelernt, wenn wir einen schwarzen Hintergrund weg haben wollen. Übrigens hierzu nochmal ganz kurz. Oben verlinkt, Grundlagen in Lumina. Da erkläre ich die Masken, die Mischmodusse und wie ihr euch in dem Programm zurecht findet, falls ihr jetzt hier noch Fragen zu habt. Könnt ihr jetzt hier einfach natürlich jederzeit den Mischmodus ändern. Dann auf Negativ multiplizieren. Und ihr seht schon, das Einzige, was übernommen wird, sind die Schneeflocken. Wir legen noch eine Ebene drüber, einfach um ein bisschen mehr Tiefe noch in das Bild reinzubekommen. Sagen wieder Bildebene einfügen. Gucken mal, welche uns hier ganz gut noch gefällt. Die ist noch ganz schön. Auch hier wieder. Mischmodus. Negativ multiplizieren. Und die zweite Ebene ist auch mit eingefügt. Und ich lege noch eine dritte sogar oben drüber. Die war ja ganz nett noch. Genau, super. Das Ganze wird jetzt natürlich schon relativ rechenintensiv. Sagt wieder Mischen. Wieder das gleiche Spiel. Negativ multiplizieren. Kurz warten, bis Lumina gerechnet hat. Und fertig. Und ihr seht, wir haben richtig coolen Schnee eingebaut. Etwas zum Nachteil ist, wir verliehen jetzt hier an Kontrast durch die ganzen Ebenen, die wir oben drüber gelegt haben. Deswegen, zum guter Schluss, neue Bildbearbeitungsebene. Gehen hier nochmal rein. Gehen hier nochmal in unsere erweiterten Einstellungen. Und ziehen jetzt den Kontrast noch einfach mal ein bisschen höher. Okay, das war's. Und wir machen jetzt mal einen schönen Vorher- und Nachher-Vergleich. Vorher, nachher, vorher, nachher. Und ihr seht, mit den aber lernten Techniken aus den letzten Wochen können wir hier richtig coole Bildergebnisse erzielen. Okay, das soll's jetzt auch schon gewesen sein. Ihr seht also, mit ein paar Techniken können wir hier richtig coole Bildergebnisse erzielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefallen solche Praxis-Videos, dass wir uns auch mal angucken, wie die Techniken, die wir gelernt haben, angewendet werden. Wenn ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Ihr kennt das Spielchen ja bereits. Schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr zu irgendwas anderem noch Fragen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche schon wieder. Bis dahin. Ciao. Und dann, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020